Was für einen Schwanz hätte ich gerne? Das klingt jetzt falsch, aber okay. Ja, was soll ich denn sagen? Da steht doch drauf. Was für ein Schwanz wäre es? Kommt nicht auf die Länge, ist auf die Dicke an. Nee, er muss halt haarig, also fluffig sein. Mano! Das klingt ja alles so falsch. Das ist ja falsch. Oh nein! Oh, Mama! Ah! Nice cock. I'm in danger! Magst du mir ein Bett? Ein Elefantenblasen? Hast du da Bock? Ey, das ist ja erschrecklich, wenn die Nachbarn, oder wenn du mit Nachnamen reinscheißt. Oh mein Gott, mein Herz explodiert. Was? Nein! Nachher mache ich ein Motorboot. Und dann wollte sie mir aber eigentlich nur was zeigen, wisst ihr? Ich mache dann so... Und sie dann so... Nein, Oni-san! Ich wollte dir doch nur zeigen, ob das mit der Brust so in Ordnung ist. Mögt ihr mich nicht? Ich dachte, ihr seid meine Freunde. Fuck you! Boah! Ja, ich dachte, wir machen vielleicht ein Redeem, wo jeder mir seine Mama schickt. Okay, warte mal. Nee, äh... Herzlich willkommen bei den... So ein Bild von vorne hätte ich, glaube ich, gerne gehabt. Soll ich einen Kater? Hast du große Bubas? Sag mir ganz ehrlich, hast du große Bubas? Schleudert ihr mir das ganze Ding dahin? Können wir Brudi? Okay, alleine, weil er einen Anzug trägt, Alter. Schlaf mit mir und tritt mir eine neue Versicherung an. Ist so. Ich schließe mich an für die Wissenschaft. Schlagwurz. Aua! Ah, nein! Nein! Boah. Bam! Wow! What the fuck? Was ist er? Äh, jetzt renne ich weg wie eine Fallgesau. Äh! Oh mein Gott, das ist ja... Das ist ja... Was? Wird immer besser. Wenn ich Hampelmänner gut mache, dann kommen irgendwann Kniebeugen drin. Ich glaube, den Satz werde ich jetzt irgendwann bereuen. Ich glaube, das ist eigentlich für den nächsten Stream mit Möbel geplant. Fortnite. Ah! Ah, wo ist er? Ah! Ah! Nein! Liebe Chicken McNuggets und davon könnt ihr mich nicht abhalten. Oh, gut, das wäre so ein kurzer Hass. Hör genau hin! Scheiße! Und jetzt das andere. Eiße! Wo klingt das bitte gleich? Ich glaube, ich muss rülpsen. Nee, ich muss noch nicht rülpsen. Oh, ich muss rülpsen. Ich muss mal kurz unten ein bisschen rumfummeln. So, einmal hier gefummelt. Ich fuhre mich nochmal unten. Und Smaragdini. Dankeschön für deinen Raid. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Raid. Äh, Raid? Es wie ihm! Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Nein, mein Elekato! What the fuck? Nein! Nein! Oh Mann! Ey, das war aber nicht meine Schuld. Alter, ich stehe und beleidige mich. Okay. Azubi, du schweren Nöter. Vögelt euch alle. Finde ich gut. Ja. Ah! Ah, nein, nein! Nein!